Hallo ihr Lieben, wir müssen, glaube ich, wirklich mal was miteinander klären. Also, wenn man jetzt tatsächlich ständig demonstrieren gehen muss, damit die Politik das Richtige macht, dann heißt das doch eigentlich, dass die Politik nicht funktioniert. Also, oder genauer, dass das politische System irgendwie nicht funktioniert. Weil, also, ich habe ja mal gedacht, macht sich also wirklich Gedanken, schaut sich an, was verschiedene Parteien und Politiker so die letzten Jahre gemacht haben und was die in ihre Programme schreiben, da macht man sich viele Gedanken, da macht man irgendwo ein Kreuz und dann setzt sich halt durch, was die meisten wollen und wenn das verschiedene ist, dann häufig gibt es ja Koalitionen, die setzen sich zusammen, finden Kompromisse und machen das dann. Aber, wenn das gar nicht funktioniert und ich jetzt ständig demonstrieren gehen muss, ich kann nur betonen, ich habe auch noch ein paar andere Dinge zu tun. Ich dachte, der große Vorteil der Professionalisierung von Politik, also, dass wir überhaupt Berufspolitiker haben und dass die sich Programme ausdenken, die wir dann eben ankreuzen können, das wäre eben, dass man dann ganz viel Freizeit hat und sich gar nicht mit Politik groß beschäftigen muss, weil man hat ja Profis. Also, ich meine, ich kann schon auch eine Lampe selber aufhängen, ja, also, das kriege ich gerade noch eben so hin als Großstadtmensch. Ich kann auch einen Elektriker kommen lassen und das machen lassen, aber wenn ich den Elektriker kommen lasse, dann möchte ich bitteschön nicht ständig hinter ihm stehen müssen und ihn kontrollieren müssen und alle zwei Sekunden mit einem Transparent vor ihm vor der Nase wideln, weil er sonst nicht das tut, was ich gerne hätte, dass er tut. Also, beides ist ein bisschen viel. Also, er hat gesagt, wenn jetzt wirklich wir für jedes Scheißanliegen, das in die falsche Richtung läuft, demonstrieren gehen müssen, dann könnte man sich auch einfach mal fragen, warum? Warum machen wir das mit den Parteien und den Wahlen überhaupt? Also, wo ist da der Sinn? Also, wir wählen die und dann machen die aber nicht das, was wir wollen, dann warum wählen wir die? Wofür? Also, wo ist da der Sinn? Ich kann das nicht wirklich erkennen mehr. Natürlich kann man sagen, ja, das ist halt das Spiel und dann geht man demonstrieren. Aber man sieht ja, dass eben nur bestimmte Leute überhaupt die Zeit haben zu demonstrieren. Andere haben einfach keine Zeit, die haben auch noch was anderes zu tun. Man könnte, wenn man böse ist, sagen, darauf wird ganz fest gesetzt, auf diese Erlarmungseffekte, die das natürlich hat. Ja, also, Protestbewegungen haben ein großes Problem. Das Problem ist, sich zu organisieren. Denn wenn du es in organisierter Form haben willst, dann gründest du eben eine Partei, eine weitere Partei, die man dann wieder ankreuzen kann. Und dann, wenn die groß wird, dann macht die wieder den gleichen Mist, was alle anderen auch machen. Was aber ja nicht heißt, dass das, was dann da gemacht wird, wenn eine Partei groß ist, dass das ist, das ist, was die Leute wollen. Also, das ist ja das, was wir uns mal gedacht haben, dass das so funktioniert. Das ist halt sozusagen, Parteien werden erwachsen, Parteien werden vernünftig. Und diese Vernunft besteht eben darin, dass sie dann umso mehr den Bürgerwillen umsetzen und von ihren extremistischen Positionen runterkommen. Aber wir sehen ja, dass das nicht so ist. Die Leute setzen ja nicht unseren Bürgerwillen um. Das tun sie nicht. In keinem Sinne von Bürgerwillen. Sondern sie setzen halt so eine institutionelle Logik um. Also Parteiresort, dann scheinen noch irgendwelche verschiedenen Lobbygruppen, von denen manche halt einfach deutlich mehr Geld haben als andere, eine Riesenrolle zu spielen oder besser vernetzt sind. Und halt wirksameren Lobby, es muss man sagen, also das ist das, was halt passiert. Und das passiert halt nahezu mit jeder Partei, vor allem, wenn sie einflussreich wird. Also, ja, und dann kann man dagegen auf die Straße gehen. Aber halt, wenn du Zeit hast, wenn du sehr, sehr, sehr viel Zeit hast, also nicht nur mal, sondern beständig, weil da muss ja Druck aufgebaut werden. Da müssen ja die Politiker richtig Angst bekommen, ja, dass sie abgewählt werden und so. Das ist ein Mordsaufwand. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe auch noch ein anderes Leben. Ich habe auch noch ganz andere Interessen, als jetzt ständig auf die Straße zu gehen. Ja, man kann sagen, das ist meine Bürgerpflicht, aber warum ist es denn meine Bürgerpflicht? Ich habe doch die Politik jetzt professionalisiert. Das machen doch jetzt die für mich. Die repräsentieren doch uns, oder? Warum muss ich jetzt protestieren? Das ist ja so, wie wenn im Vertrag mit einem Handwerker steht, dass ich dann beständig dann irgendwie hinter ihm stehen muss, damit er machen muss, dass er will. Und das schreiben wir schon in den Vertrag rein, weil das ist ganz toll. Also, bitte nicht falsch verstehen. Ich finde es wirklich super, dass, wenn ich demonstrieren gehen würde, ich nicht verprügelt, nicht erschossen werde, dass keine Schlägerbanden wie in anderen Ländern engagiert werden, die mich professionell verprügeln, oder, dass in unseren Demonstrationszug Undercover-Staatsagenten eingeschleust werden, die sich daneben benehmen, womit man dann rechtfertigen kann, dass man mit Gewalt auf uns eintrischt. Oder, dass man nachts, wenn man demonstrieren war, dann abgeholt wird von der Wohnung und man verschwindet einfach und war nie mehr gesehen. Also, da bin ich echt dankbar für, dass das nicht so ist, aber das heißt ja noch lange nicht, dass das was Gutes ist. Ja, also, nur die nackte Puche, Verschonung von Gewalt ist ja das eine, aber irgendwie, dass man als Bürger Einfluss auf seine eigene Politik, auf seinen eigenen Staat hat, ist ja das andere. Und zwar, bitteschön mit einem vertretbaren Aufwand. Also, das mit dem Kreuz hat ja den großen, wunderbaren Vorteil, es hat einen Event-Charakter. Also, ich erinnere mich auch lebendig früher, wie das in meiner Familie war. Also, das war ein wirkliche Event-Charakter, das war ein Familien-Ereignis, fast ein Familienfest, sowohl der Akt des Wählens, als auch dann abends vorm Fernseher gemeinsam zu sitzen und sich diese wunderbaren Diagramme und Analysen und Politiker-Salbader anzuhören. Also, das war eine reine, wirklich tolle Show. Also, eine der besten Abendunterhaltungen überhaupt. Und es hatte auch noch was mit einem zu tun, weil das eigene Kreuz war ja dann in irgendeinem Balken- oder Tortenteil drin. Das war super. Also, das ist ja, und man hat nicht viel Aufwand. Also, einmal alle vier Jahre, einmal alle fünf Jahre, das ist ja, das ist also das Kriechen. Ja, also, das ist ja so, vom Aufwand her ist es also schon richtig gut. Von der Wirkung ist es halt, vielleicht hängt das ja mit dem Aufwand zusammen. Also, wenn ich derart wenig für was tun muss, noch sehr wenig präsent bin, wo, dann kann ich eigentlich nicht erwarten, dass ich so natürlich nicht viel Wirkung habe. Also, es ist in keinem anderen Lebensbereich so, dass das so ist, dass, wenn man nicht da ist, dass man dann viel Einfluss hat. Natürlich ist jetzt demonstrieren gehen, und zwar am besten täglich, und zwar am besten für die verschiedenen Dinge, die Kacke laufen, weil die Politik sie halt nicht angeht und nicht macht, ja, wäre dann wiederum Vollzeitjob. Da könnte ich dann gleich wieder Berufspolitiker werden. Bloß, wenn ich eben mehr Berufspolitiker werde, dann werde ich ja den gleichen institutionellen Zwängen ausgesetzt, wie alle anderen idealistischen Politiker auch, die es ja auch schon vorher gab. Also, ich gehe nach wie vor davon aus, dass die meisten Politiker am Anfang ihrer politischen Karriere tatsächlich ernsthaft Idealisten sind. Das glaube ich nach wie vor. Ich habe mehrere kennengelernt in meinem kurzen Leben, und das ist mein Eindruck. Ja, das sind ja nicht alles Karrieregeile, ich will reich werden, irgendwas, das sind Idealisten. Meistens sind es sogar die idealistischsten Leute in der Gesamtbevölkerung. Das ist so mein Eindruck von außen. Auch damit auch die Leute, die so ein bisschen verrückter sind als andere. Also, das sind mir sehr sympathisch, weil so bin ich auch. Also, da könnte ich also gleich Berufspolitiker werden, wenn ich bloß hat das halt keine Wirkung. Die Frage ist jetzt, ob beständiges Demonstrieren-Dienen eine Wirkung hat. Also, ich kann nur immer wieder sagen, ich war in meinem Leben sehr viel Demonstrieren. Und halt, ja, wenn man so guckt, Input, Output, könnte ein Mitgrund sein, warum ich mittlerweile nicht mehr ganz so häufig demonstrieren gehe, beziehungsweise gar nicht mehr. Also, so pure Frustration. Das Wort frustra, vielleicht wissen das einige noch, heißt vergeblich. Naja, frustriert ist man, wenn man viel Aufwand betreibt und wenig Output davon hat. Also, aber natürlich kann man das dann wieder reduzieren. Also, ich mache einfach nur ein Kreuz, da habe ich wenig Aufwand und wenig Output. Ich kann auch demonstrieren gehen, da habe ich viel Aufwand und wenig Output. Das ist also noch frustrierender als nur das mit dem Kreuz. Da kann ich wenigstens schimpfen. Nur, der Handwerker hat seinen Job nicht gemacht. Aber egal, welchen Handwerker, ich engagiere komischerweise, keiner macht seinen Job. Also, wie viele Parteien ich schon gewillt habe in meinem kurzen Leben. Mein Gott, mein Gott, da muss man gar nicht drüber nachdenken. So, aber das Ideal wäre ja, kleiner Aufwand, große Wirkung. Also, das ökonomische Prinzip schlechthin. Kleiner Aufwand, große Wirkung. Also, ich muss schon was machen, mehr machen vielleicht als nur ein Kreuz. Habe dafür aber deutlich mehr Output, als wenn ich eben nur ein Kreuz mache oder beständig demonstriere. Das wäre es ja. Jetzt denkt man mal scharf nach, ob es solche politischen Verfahren und Institutionen schon gibt. Ob es da zu Ideen gibt. Ich weiß ja nicht, ob Sie es schon gehört haben. Ah, es gibt ja sowas wie geloste Bürgerräte. Ja. Bei gelosten Bürgerräten kommt man relativ selten dran. Aber man kommt dran. Na, der Zufallsauswahl, wenn man hinreichend viele geloste Bürgerräte. Ich meine, wir haben so viele politische Probleme, da kann man unendlich viele gelosten Bürgerräte machen. Also, es gibt eine reelle Chance, dass jeder von uns dann mal wahrscheinlich mehrmals in seinem Leben in so einem gelosten Bürgerrat war. Der Aufwand reduziert sich auf alle paar Jahre, mehrere Wochenenden. Wie halt so ein geloster Bürgerrat Alltag. Da wird man schon rausgerissen aus seinem geliebten privaten Alltag. Kann nicht zu Tante Käthes 80. Geburtstag gehen. Muss seine Unternehmensgründungsambitionen mal ein paar Wochenenden ruhen lassen. Und hat das Risiko, dass also Mitbewerber genau in dieser sensiblen Phase den entscheidenden Vorsprung machen. Ja, man muss irgendwie, wenn man alleinerziehend ist und zwei Kinder hat, muss man halt Betreuung organisieren. Aber man kann das ja auch. Man kann eine Aufwandsentschädigung betreiben. Dann können die Leute sich zumindest die Wand leisten. Vielleicht kann man das ja gelten machen. Vielleicht kann man ja Leuten, die sich schwer tun, teilzunehmen, wenn das los auf sie fiel. Es erleichtert mindestens finanziell, vielleicht auch anders, dass sie daran teilnehmen können. Also, das wäre jetzt ein Aufwand, der wäre geringer als regelmäßig demonstrieren gehen. Er wäre größer als einfach nur ein Kreuz machen. Aber das Schöne wäre, wenn wir diesen gelosten Bürgerräten reale politische Macht übertragen, also im Sinne von, Politiker müssen mindestens dazu Stellung nehmen, warum sie das nicht machen, öffentlich. Das wäre das Minimum. Hertha wäre ja zum Beispiel, sie müssen das machen, was der geloste Bürgerrat aus Bordowat hat, was die Bürger sich untereinander geeinigt haben. Auch sehr schön ist, finde ich, wenn man geloste Bürgerräte einsetzt, die alle vierteljährlich einen Minister reviewen. Also, wie so ein Mitarbeitergespräch. Wir sind ja der Souverän, wir sind ja der Chef dieses Ministers. Minister heißt ja Diener. Also, das ist unser Diener. Das steckt im Wort Minister drin. Also, Lateiner sind hier klar im Vorteil. Und dann schaut halt der Kunde vierteljährlich drüber, ob er findet, dass der Handwerker weitermachen darf oder ob man den jetzt feuert und einen anderen Handwerker engagiert. Und das wäre also relativ starke Kontrolle, weil ich meine, viele Politiker haben also viel investiert, bis sie mal Minister sind. Also, steckt Lebenszeit drin. Das ist schon ein Investment. Das schreibt man ungern ab als Mensch so nach Adam Riese und nach Adam Riese Psychologik. Und wenn ich da bedroht bin, dass ich da entlassen werden kann von so einem gelosten Bürgerrat, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass mich das doch sehr interessiert, was die Bürger eigentlich wirklich wollen. Und ob ich vor dem nächsten gelosten Bürgerrat, der dann vierteljährlich mich wieder reviewt, ob ich da Bestand haben werde oder ob ich danach meinen schönen, heißgeliebten und schwer erarbeiteten politischen Job als Minister los bin. Das wäre also eine sehr, sehr wirksame Form von Kontrolle mit einem relativ vertretbaren Aufwand für die Bürger. Also, die würden mehrere Wochenendtagen, die würden verschiedene Experten hören, die würden sich anschauen, was hat denn der Minister die letzte Vierteljahre verbrochen, sind wir mit seiner Arbeit zufrieden. Und wenn man zufrieden ist, darf der weiter machen. Und wenn er nicht zufrieden ist, dann wird er halt geschasst und wir wählen den neu. Ich bin ja dann für Direktwahl ins Ministeramt. Also, da können die verschiedenen Parteien ihre Kandidaten aufstellen. Und dann geht es wahrscheinlich auch ein bisschen stärker als bisher um Sachkompetenz. Also, dann wird es halt schon auch personalisiert. Ich bin ja immer mit dieser Personalisierung so ein bisschen auf Kriegsfuß. Aber in dem Fall scheint es mir sinnvoll zu sein. Und schaut man halt hin für, was weiß ich, den neuen Verteidigungsminister, Innenminister, Umweltminister, Wirtschaftsminister, tralala. Da halten wir den Kandidaten, keine Ahnung, der AfD, ja, der AfD für am kompetentesten oder vielleicht von, keine Ahnung, der Tierschutzpartei, ich weiß es nicht. Also, da wird es jetzt dann sehr stark. Und da gibt es dann das Gleiche, was wir immer auf dem Land haben, auf dem Dorf haben, dass also auch Außenseiter eine reelle Chance haben, weil sie zwar vielleicht nicht der größten Partei, der bestorganisiertesten, mitgliederstärksten, finanzstärksten Partei oder gepampertsten Partei angehören, sondern weil sie halt persönlich überzeugen mit ihrer Sachkompetenz und ihrer empathischen Art. Und dann wählen wir den ins Amt und dann ist er plötzlich von einer Außenseiterpartei ein Mensch, keine Ahnung, halt Wirtschaftsminister zum Beispiel. Weil wir ihn halt als Mensch kommen, dann hat er die Kontrolle über diesen Apparat, über seine Behörde, bringt da seine Leute rein und wirft andere Leute raus, was halt dann so neue CEOs immer gerne mal machen, um halt zu zeigen, jetzt bin ich da und jetzt läuft es nach meiner Nase. Aber dann gucken eben, guckt der wahre Chef, die Investoren der Politik, die Bürger, gucken gemeinsam drüber, ob sie damit auch zufrieden sind mit der Arbeit des CEOs. Das machen wir in Wirtschaftsunternehmen auch. Warum wir es in der Politik nicht machen oder machen mit einem solchen Aufwand, das muss mir erstmal jemand erklären. Bisher hat es keiner geschafft. Und könnt ihr euch mal überlegen. Kleiner Aufwand, große Wirkung oder ob wir weitermachen wollen, kleiner Aufwand, keine kleine, kleine Wirkung. Oder ob wir wollen, riesen Aufwand, ebenfalls sehr kleine Wirkung. Also mir scheint ja das eine einfach rein logisch oder menschlich oder weiß nicht, wie ich das nennen soll, einfach am naheliegendsten zu sein. Aber anscheinend bin ich da allein. Ceterum sensio, demokratia, es ist sortienta. Und das Kahommt. Drehm. Drehm. Bis zum nächsten Mal.